So, jetzt sind wir am Stand von HR4U auf der Zukunft Personal und ich treffe einen alten Bekannten. Stell dich mal kurz vor, wer du bist. Mein Name ist Jörg Klausch, ich bin seit 25 Jahren tätig in der Einführung von Personalsoftware, zehn Jahre als Geschäftsführer und habe jetzt aktuell die Aufgabe strategisches Produktmanagement bei der HR4U. Und HR4U kennt eigentlich jeder in Deutschland, also es ist schon lange am Markt dabei. Was macht ihr genau? Erzähl mal. Wir stellen Personalsoftware her, nicht nur für Unternehmen, sondern zum Beispiel auch für Personaldienstleister und bieten dort die speziellen Funktionen an, die man braucht, um nicht nur für das eigene Unternehmen Personal zu suchen, sondern auch für Externe. Und das unterscheidet euch ganz klar von allen normalen, sagen wir mal die HR für Unternehmen anbieten. Ihr kommt praktisch von der Seitenlinie so rein und habt dann diese Skalierung über diese Personalberater, Recruiter und so weiter mit dabei. Sowohl als auch, genau. Ah, beides. Beides. Okay. Und was ist euer Sweetspot, wenn man sagt, unser typischer Kunde ist, Doppelpunkt, was wäre der? Gibt es denn überhaupt? Wie überall, branchenneutral. Es gibt eine bestimmte Größenordnung. Ich sage jetzt mal, von 100 Mitarbeiter aufwärts. Kann gerne auch ein größerer sein. Wichtig ist, dass die Unternehmen Personalarbeit digitalisieren wollen und dafür Software einsetzen wollen. Und dass es menschlich stimmt zwischen dem Anbieter und dem Anwender. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich habe es öfter schon gehört. Software ist eine Seite, aber die Menschen, die machen einen Unterschied, oder? Auf jeden Fall. Also man braucht Vertrauen. Man entscheidet sich für mehrere Jahre für eine bestimmte Software. Und ohne dieses Vertrauen, ich glaube, wir sind alle Menschen. Ohne dem geht es nicht. Ja. Jetzt hol mal ein Kunde raus. In welchem Status muss er sein? Also welches Problem muss er haben, um zu sagen, hey, ich rufe bei dir jetzt an? Was wäre so das Hauptproblem der Kunden oder der Hauptschmerz, muss man dazu sagen, die er löst? Ja. Wenn wir jetzt Personaldienstleister nehmen, dann ist es sicherlich das Massengeschäft, dass wir automatisieren, dass wir Zeit bringen, dass wir Transparenz bringen durch unser System und damit natürlich Effizienzgewinne für den Personaldienstleister. Und das ist ja in der heutigen Zeit umso wichtiger. Es ist dann die kritische Frage, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Internet, mich zum Beispiel kontaktieren, Kollegen kontaktieren. Und bei LinkedIn gibt es eh vieles. Und deswegen, wir haben deinen Namen ja gehört. Sag den mal kurz in die Kamera für alle. Jörg Klausch, HR4U. Sehr gut. Also ich denke, Jörg, es sind ganz viele Leute, bei dir jetzt angerufen. Hoffe ich zumindest, ihr macht das. Ich danke der Interview. Danke. Spannende Sache. Ja, dann macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020